Jack, du jämmerliches Stück. Scheiße. Du wirst nicht siegen. Und wir retten, Lilith. Ich wollte mich nur umgucken. Danke für den Safepoint. Doch, die Gewährleistung haben wir. Flying, klasse, Makata. A Sword Rifle. Ja. Hoho. Weg damit. Danke. Werden wir brauchen. Vielleicht. Guardian Slack Heap. Finde Jack. So. Aber ich gehe nicht sehr. Finde Jack. Naja. Behalten wir mal die Scheiße eben. So. Was? Nein. 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 Das klappt auch nicht, ne? Na okay. Na gut. Na ja. Und das Spawn ist da hinten ja. Naja. Die Kohle können wir Hyperion auch noch schenken. Vielleicht können wir ja einen neuen Präsidenten wählen, der nicht so bescheuert ist. Vielleicht mich? Ich setze Jack ab. Na egal. Ähm. Ähm. Oh Alter, das sind wir. So. Toll. So. So. Du stirbst ey. Die Gegner sterben. Nein. Die Explosion entscheidet uns auch. Das wissen wir immer noch alle. Aber wir haben es schon jetzt schon wieder weit gebracht, Leute. Okay. Was ist das? Ja, das wäre ganz sehr freundlich. What the fuck? Ja, man. Ja, man. Brick. Ja, er schreit dran. Und er verkloppt die Leute wie bescheuert. Ja. Alles klar, Mann, der Kai. Danke dir. Aber erst holen wir uns noch was, ja? Meine Pistole will auch schon. Erbarmungslos schießen. Weg. Weg. Warte. Weg. Warte. Ich bin auf dem Weg. Ich muss aber noch ein bisschen was looten. ein paar Kisten. Sonst habe ich gleich keine Munition mehr. Ja. Ja. Das war für Bloodwing. Das war für Bloodwing. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Hast du das gesehen, Jack? Du bist der nächste. Nein. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ah, geil. Okay. Ich bin jetzt nicht mehr auf. Na. So. Ich bin da. Ja. Ich bin da. 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 Eine Rache steht unmittelbar bevor. Ich bin da. Was? Ich bin da. Ja, geil Nur weil Brick den gekillt hat, krieg ich den nicht als Kill angezeigt Krieg zwar die Erfahrung, aber nicht den Kill Interessant Das hab ich nicht gewusst Zweiter Respawn In Folge Ich verbessere mich immer mehr Halt die Klappe Punkt Hals, Maul Punkt Hyperion, du bist kacke Morokai, hi So Erstmal könnte ich können, könnte ich das Respawn Okay Ist alles nicht geil Nein Kohle mitnehmen Wenn ich keine Kohle habe, kann ich wahrscheinlich nicht mehr respawnen Feind in Reichweite Automatische Schütze werden scharf gemacht Ja Witzkeks Ja Haltet die Kacke Bam Ist ja nicht viel los, dass die Frames gerade runtergehen Ich muss mal schnell So So Dass die Frames wieder hochkommen Mordi Mordi Haben wir vor Yeah Genau Ja Ja Beeil dich mal Du Kommst nicht vorbei Aber ich bin euch tot Das weiß ich genau Wow Die Musik ist aber Epic So Dezent Können wir noch durchhalten, ja Jetzt mach sie weg Ja Ja, schön Gut Ich freu mich nur gerade, was ich angreifen konnte Nein, Mordeca Er lässt sie nicht in Schicht, den Mordeca Was? Weg Landungsschiff wird als Ziel erfasst Beginne mit lunarem Bombardement Kacke, sie haben uns im Visier Geh endlich, Strap Geh Die Musik Die Musik Was ist das? So, jetzt, Jack, jetzt wirst du sterben. Jetzt hat er mich sauer gemacht. Jetzt hat er mich echt wütend gemacht. Ja, ich glaube, ich glaube, gegen den Boss komme ich nicht an. Ah, okay. Trotzdem bin ich jetzt sauer auf Jack. Ich bin derbe sauer auf Jack. So sauer war ich noch nicht. Er hat alle. Er hat sie alle getötet. Und dafür wird er heute noch sterben. Der Boss ist der Gegner, der da vorne steht. Das ist mir so scheißegal. Ich werde ihn jetzt so bombardieren. Und allem, was mir momentan zur Hand steht. Alles. So. Ich habe gesagt, ich mache mal den mit allem. Deine Schilder sind unten. Ja. Dein Tod ist auch schnell da. Jack. Jack, du mieses, kleines Arschloch. Sorry, dass ich jetzt gerade so ein bisschen sauer bin. Aber ich bin sauer. Ich bin ziemlich sauer. Man merkt es vielleicht. So dezent. Ja, es ist der 30er Gebiet. Ist egal. Egal, wenn genug Feuerkraft da ist. Dann ist ein 30er Gebiet auch ein Witz. Ja. So. 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 erst mal so wir werden ihn Jack wird heute fallen weißt du, weil ich jetzt gerade bereue, dass ich das Teil weggeworfen habe das bereue ich gerade ziemlich egal ob wir voll sind Platz kann man schnell machen Zack 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 Zack